Es waren die ersten Weihnachtsferien meiner Studienzeit. Wochenlang hatte ich schon die Tage, endlich die Stunden gezählt, bis zum Morgen der Heimfahrt von Graz ins Alpel. Und als der Tag kam, da stürmte und stöberte es, dass mein Eisenbahnzug stecken blieb. Da stieg ich aus und ging zu Fuß. Frisch und lustig, sechs Stunden lang durch das Tal, wo der Frost mir Nase und Ohren abschnitt, dass ich sie gar nicht mehr spürte. Durch den Bergwald hinauf, wo mir so warm wurde, dass die Ohren auf einmal wieder da waren und heißer als je im Sommer. So kam ich, als es schon dämmerte, glücklich hinauf, wo das alte Haus schimmernd durch Gestöber und Nebel wie ein verschwommener Fleck stand, einsam, mitten in der Schneewüste. Als ich eintrat, wie war die Stube so klein und niedrig und dunkel und warm. Urheimlich. In den Stadthäusern verliert man ja allen Maßstab wie ein Waldbauernhaus. Aber man findet sich gleich hinein, wenn die Mutter den Ankömmling ohne alle Umstände so begrüßt. Na, weil du nur da bist. Auf dem offenen Steinherd prasselte das Feuer. In der guten Stube wurde eine Kerze angezündet. Mutter, nid, wehrte ich ab. Tut lieber das Spanlicht anzünden, das ist schöner. Sie tat's aber nicht. Das Kienspanlicht ist für die Werktage. Weil nach langer Abwesenheit der Sohn heimkam, war für die Mutter Feiertag geworden. Darum die festliche Kerze. Als die Augen sich an das Halblicht gewöhnt hatten, sah ich auch das Nickerl, das achtjährige Brüderlein. Es war das jüngste und letzte. Anschauen tut gut, lobte die Mutter meine vom Gestöber geröteten Wangen. Der kleine Nickerl aber sah blass aus. Du hast ja die Stadtfarb statt meiner, sagte ich und habe gelacht. Die Sache war so. Der kleine tat Husten, den halben Winter schon. Und da war eine alte Hausmacht, die sagte es täglich wenigstens dreimal, dass für ein hustendes Leut nichts schlechter sei als der kalte Luft. Sie verbot es, dass der kleine hinaus vor die Türe ging. Ich glaube, deshalb war er so blass. Und nicht des Hustens halber. In der dem Christfest vorhergehenden Nacht schlief ich wenig. Etwas Seltenes in jenen Jahren. Die Mutter hatte mir auf dem Herde ein Bett gemacht, mit der Weisung, die Beine nicht zu weit auszustrecken, sonst kämen sie in die Feuergrube, wo die Kohlen glosten. Die glosenen Kohlen waren gemütlich, das knisterte in der stillfinsteren Nacht so hübsch und warf einen leichten Glutschein an die Wand, wo in einem Gestelle die bunt bemalten Schüsseln lehnten. Da war ein Anliegen, über das ich schlüssig werden musste in dieser Nacht, ehe die Mutter an den Herd trat, um die Morgensuppe zu kochen. Ich hatte viel Sprechen gehört davon, wie man in den Städten Weihnachten feiert. Da sollen sie ein Fichtenbäumchen, ein wirklich kleines Bäumlein aus dem Wald, auf den Tisch stellen, an seinen Zweigen Kerztein befestigen, sie anzünden, darunter sogar Geschenke für die Kinder hinlegen und sagen, das Christkind hätte sie gebracht. Nun hatte ich vor, meinem kleinen Bruder, dem Nickerl, einen Christbaum zu errichten. Aber alles im Geheimen, das gehört dazu. Nachdem es soweit Taglicht geworden war, ging ich in den frostigen Nebel hinaus. Und just dieser Nebel schützte mich vor den Blicken der ums Haus herum arbeitenden Leute, als ich vom Walde her mit einem Fichtenwipfelchen gegen die Wagenhütte lief.